Do you wanna feel it? Jo, servas und hallo zu einer neuen Folge Minecraft Mario Party. Mit dabei heute Chris und der Toni. Moin. Ich hab ne 6 gewurfelt. Und ich wieder nur 4. Jaaaa. Ich hab immer 4. Immer. Mein erster. Nein. Geil. Nicht dieses Drecksspiel. Das hatten wir doch vor einer Minute schon. Gefühlt ja. Das stimmt ja. Ihr wisst davon gar nichts, aber wir wissen es. Was macht der Typ doch neben mir? Ich auch. Ich auch. Jaaaa. Oh, extra Pfeil, extra Pfeil, extra Pfeil. Ich hab eingetötigt, ich hab eingetötigt. Oh, ich bin geil. Ne Leute, du hast ein extra Pfeil und dann voll recks so richtig abbärmlich. Oh, die wurde weggesniped. Ich triff keinen einzigen Schuss. Ich bin so kacken. Das ist mal ehrlich, ne? Wie können die alle so ne Range haben? Keine Ahnung. Das ist doch unnormal. Ja. Unnormal. Wie kann die erste 7 Kills haben? Wie aimt der denn? Ich spiel halt Range World viel zu viel. Ja, genau. Ne, dass du das... Habst du da mal mitgespielt? Ne, ne? Ich hab das einmal. Er war nicht so begeistert davon. Ne, überhaupt nicht. Ich hab letztens geraged und ich hab Olli immer getötet mit der Axt. Dann wär ich geraged. Ja. Verpiss dich. Leu, ich bin so kacke mit dem Bogen, echt. Ich bin so kacke mit dem Bogen, echt. Hatte ich gerade auch. Ja, und ich bin scheiße mit dem Bogen. Alter, dieser Typ, der aimt zu viel, zu krass. Ich spiel jetzt im Chris-Modus. Ah, shit. Müsst einfach mal... Müsst einfach mal eine Runde Batwurst spielen oder sowas. Batwurst? Batwurst, ja, Batwurst. Eine Runde Batwurst. Eine Runde mehr, eine Runde mehr Batwurst. Ich bin doch kacke im Kopf. Ja. Ok, erklärt's mir, warum das grad... Das müsst ihr in meinem Video dann anschauen. Ahn! Hatte ich gerade die Dreckweise nicht abgesenzt? Was? Hatte ich gerade nicht abgesenzt? Oder spielst du keinen Bogen? GG. Ich bin drei Kills. Ich bin Elfter. Ich bin Kacker. Schön, ich bin Erster noch. Danger Player als Mario. Eine Eins! Eine Drei. Jawohl. Wieder vier. Ist jetzt beide Marios. Ist jetzt beide meine Brüder. Hi! Hi! Hahaha! Nein, keine Eintragsfunktion. Nein! Ich hab meine ausgestaltet. Mein Spiel ist weg. Mein Spiel ist weg. Nein! Es ist dein Lieblingsspiel. Nein! Ich bleib am Spawn stehen. El... 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 Ach Oli, Hi! Nein! Hi! Ich bin irgendwie vor euch. Kann das sein? Archi GHG hat 1671 Punkte. Archi GHG, Alter. Sag mir, wie du das machst. Ach, man muss doch erstmal den Stick ausführen. Jupp, aber jetzt hat man wieder voll für Klicken. Ja, und der erst hat schon wieder Granaten. Archi GHG war das. Wer sonst? Der weiß einfach, wo die Granaten sind. Oh, Shotgun. Der hat's gelockt, der träumt dir nach davon. Also, ja. Ich mach das auch. Ich muss ja sagen, die Shotgun ist schon ziemlich geil, was das heißt. Ja, die Shotgun ist richtig OP. Ja, die Granate finde ich cooler, muss ich sagen. Ich hab grad die Granate gefailt. Die Farbspur, äh... Pack ich überhaupt nicht. Oha, Farbspur. Boah, ich muss mal ausklicken, Alter, das tut so weh in der Hand. Hey Oli, du bist der erste. Ja, weil ich schon mal... Weil ich noch nie so viele Items gehabt hab wie jetzt grad. Archi GHG ist der erste Farbspur. Was muss ich denn da tun? Muss ich das auslösen? Ja, einfach auslösen. Wie denn? Na, auslösen, rechtsklick. Ja, hab ich schon. Aber, hä, das hat nicht funktioniert. Uh, schau, Rekord, Rekord, Rekord. Zweiter. Nein, mein 900er Rekordschaffel. Ne, mein 1000er Rekordschaffel hätte ich mehr. Ne, mein 1000er Rekordschaffel hätte ich mehr. Eins. Ne, eins. Ne, eins. Ne, drei. Vier. Ja, so wird's gemacht. Ja. Loser. Hey, ciao, Chris, wir sind am gleichen. Wir sind am gleichen. Hallo. Die erste Runde ruhig, weil heißer Kartoffel da ist. Kartoffel ist scheiße. Nein, Kartoffel ist geil. Nein, ist nett. Ich bin nicht von der ersten Runde ausgeflogen. Ich frag dir immer in der ersten Runde aus. Ich bin kein Potato. Nein, 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 nein. Ich habe es überlebt. Wie habe ich das überlebt? Ich mache die ganze Zeit Rechtsklick auf den... Ja, weil ich links klick machen muss, du Idiot. Ja, mach ich auch, wenn es funktioniert nicht. Mach ich auch. Nein, nein, nein! Haaa! Alter, ich bin grad richtig nice. Du campst bestimmt irgendwo. Nein, ich camp und scheiße. Ich bin noch nie so wenig gecampt in den heissen Kartoffel wie jetzt. Ich lauf nur herum. Jetzt hat Oli die Verlängerung. Ich ghoste. Äh, Quatsch, nicht. Shit. Ich ghoste. Ja, er hat ihn. Und er ist untergefallen. Und er ist tot. Und er hat vergessen die Verlängerung nehmen. Aber normalerweise müsste ich Dritter werden. Nein, der West-Förter. Vierter oder Fünfter? Ne, ich Vierter. Haaa. Ah, Färter. Lol, ich stehe außerhalb. Na, Vierter. Es war so klar, dass ich Vierter werde. Vier. Na, Eins. Opfer. Opfer. Die Vier ist wenigstens konstant. Der ist wenigstens scheiße. Der ist wenigstens okay. Wer sagt hier Opfer zu mir, hä? Äh, ich sag Opfer zu dir. Guck mal nach oben. Hi! Der ist gar so schlecht wie ich gerade. Hahaha. Ich bin Platz 7. Und ihr? Ah, Mini-Gefecht. Mini-Gefecht ist scheiße. Äh, ich verrate mein Feld nicht wohl. Mein Platz ist gut. Ähm. Na, Mini-Gefecht ist ganz okay. Das ist... Nein, ich habe nicht... Ich habe nicht mal einen Goldblock hier. Ich habe eins, zwei, drei Gold und ein Eisen. Ihr habt ein Gold und ein Eisen. Ähm. Ja, Leute, ich habe gar nichts hier. Was soll das? Ja, vielleicht bist du einfach schlecht. Ja, kann ich auch was dafür, ne? Ja. Also, ich glaube unsere Freundschaft ist hier nicht verendet. Hahaha. Nein, da hat schon zu viel, oder? Kann ich mal ein Eisenschwert haben, bitte? Nein. Nein. Wo? Warum kriege ich nur Brustpanzer und das sind alle Variationen? Weil du ein Otto bist. Das ist mir nicht. Der hat einfach ne verzauberte Diapick-Ex. Der hat ne verzauber... Ich hab nicht. Der hat einfach ne verzauberte Diapick-Ex. Der hat einfach ne verzauberte Diapick-Ex. Der hat... Jeder hat ne verzauberte Diapick-Ex, du Vollidiot. Hahaha. 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 Ich schneide das bitte raus. Hahaha. Hahaha. Geil! 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 Geil, das Haus! Geil, das Haus! Geil, das Haus! Geil, das Haus! Hahaha. Hahaha. Oh Gott, war das kacke. Moment, auf mein Leife! Hahaha. Hahaha, du Opfer! Ich hab ne 5 gewürfelt. Ich auch. Und? Gut, sag mal, da fällt 24. Und bin vielleicht gar nicht mehr so scheiße. Ach. Der erste ist schon... Ja, hab 10 Felder vom Ziel. Aber wenigstens bin ich vor euch beiden. Chris schaffst die erste Runde. Hauptsache, ich bin 6 da. Ich bin 5 da, ja, ey. Das ist doch lame. Ah. Immer noch besser als Oli. MacBeef ist Zweiter, Alter. 6. 6. Ach, shit. Ich wollt grad sagen, du kannst ruhig besser sein, dafür kannst du dann besser würfeln. Haha, tja. Ach, da jetzt mal nicht so. Immer noch 21. Ach, nein! Ich sag auch mal nix dazu, ne? Ich glaub das war's mit deinem Protest, oder? Ja, das... Na, das geht einfach nicht, das Spiel. Vor allem, weil ich... Keine Ahnung, ich check nie, wie ich das bauen soll. Ach, echt sependier. Guck mal. Ich will immer das scheiß M bauen. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ey. Hier, a la Inscope, ey. Ja, genau. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ey. Wahrscheinlich kann ich gar nix. Richtig. Ja, das ist richtig. Aber guck mal. Hm. Langsam. Ich baue, ey. Das sind... So, so, so. Und dann... Ja, genau. Oder wie kann... Das ist jetzt so... Ja, wahrscheinlich. Moment. Der Archi GHG, ne? Der ist schon ein bisschen, äh, impressive. Auf jeden Fall. 26 Prozent. Zwei Punkte. GG. 51 Prozent. 50 Prozent. Das ist jetzt leider scheiße. Oh Gott, Mario. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ist der hässlich. Pixel Art. Ja. Das ist ja bei Replica nie so. Okay, ich hab den Hut... Ich hab den Hut fertig. Ja, Hauptsache, ich hab's jetzt schon falsch gebaut. Ich hab den Hut fertig. Ich hab schon wieder falsch gebaut. Nein, hast du nicht. Bildest du den nur ein? Alter, was geht bei dem Typen? Keine Ahnung, der ist scheiße. Ich hab's falsch gebaut. Ich hab komplett falsch gebaut. Oh Gott, was bin ich für ein Opfer. 10 Prozent. 0 Prozent. 70 Prozent. 0 Prozent ist schon echte Kacke, ey. Ja, ich glaub... Ich glaub, ich bau einfach immer Ding falsch. Ich kann's halt einfach nicht. Kann's halt einfach nicht. So, weißt du, der Erste ist gleich wieder fertig? Jaja, klar. Weil der so ein richtiger Opfer ist, oh ja. Weil er keine Hobbys hat. Das sind die Typen, die den ganzen Tag noch Mario Party spielen. Ja, genau. Wollte ich auch grad sagen. Hä? Das ist nicht möglich? Ich bin zu dumm. Nein! Elfter Platz. Ja, Daxan. Daxan. Hier siehst du Replika als die größte Scheiße. Alter Arschige, ja du und du. Sind das Premium-Spiele? Ich mein das. Drei. So viel zum Thema Protest. Was hast du, Chris? Was hast du gehört für Chris? 1. Geh ich mal um. Hä? Mit den Mittelfinger an Minecraft hochschreckt. Ja, ich wollte grad sagen, er gewinnt jetzt schon. Ja, nein. Ich hab auch nicht viel mehr gehört für das. Alter, sorry. Ganz ehrlich, das sind solche Über-Pros und da hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, okay, so schlimm ist es auch nicht. Ich mein, es ist halt einfach so, wenn wir Zeit investieren würden, dann wär auch so gut. Aber jo, das war's dann wieder für die Runde Mario Party. Schaut's noch bei den anderen zwei vorbei. Bei denen wir auch noch eine Runde aufnehmen. Und jo, für konstruktive Kritik in den Kommentaren bin ich immer zu haben. Ciao, ciao! Ciao!